schönen guten abend meine lieben freunde hier ist wieder euer le ceo cyrus und ich muss euch natürlich nichts vormachen der grund dass ich mich heute abend an euch wende ist natürlich das große finale der neunten staffel saw nxt und ich habe am heutigen abend die große ehre den sieger dieser staffel zu verkünden doch bevor ich das mache möchte ich dass wir noch einmal gemeinsam zurückblicken auf die letzten wochen auf fünf wochen fünf großartige folgen nxt wir haben zusammen gelacht wir haben zusammen geweint wir waren erschüttert wir waren unterhalten wir waren vielleicht auch an einigen stellen enttäuscht aber auch das gehört dazu wir haben großartige matches gesehen wir haben tolle challenges gesehen wir haben rookies gesehen die opfer bringen um ihr ziel zu erreichen wir haben filmische meisterwerke erlebt und das alles hat uns heute an diesen punkt gebracht und ich will euch gar nicht länger auf die folter spannen es ist soweit ich habe hier den sieger vor mir liegen und ich werde ihn jetzt gleich verkünden deswegen einmal bitte drumroll danke der sieger von nxt season 9 ist drew gulag herzlichen glückwunsch an drew gulag du hast es geschafft du bist der sieger von nxt season 9 und wir alle wissen das ist ein großer kickstart für deine karriere wir alle erwarten großes von dir und ich bin mir sicher dass du es leisten und einhalten wirst und ja feiert heute abend lasst den sieger hoch leben ich freue mich drauf auf alles was in der zukunft kommen wird ich wünsche euch noch einen schönen abend wir sehen uns dann bald wieder wenn es wieder in seinen normalen betrieb übergeht und ja euch noch einen schönen abend ein tolles season finale und macht's gut und stay saw meine freunde